An Zutaten benötigen wir Erbsen, Sahne, Butter, Schalotten, Zuckerschoten, Lachs, Sesam und Dekoration Erbspargel und an Küchenutensilien einen Topf, zwei Pfannen und einen Mixer. Als erstes anfangen würde ich mit dem Erbsenpüree, bedeutet die Schalotten müssen angebraten werden, bevor es aber losgeht, sollten die einmal gepellt werden und wir müssen die in Würfel schneiden, einschneiden, einmal an der Seite öffnen. Schalotten mag ich für dieses Gericht lieber, da die Schalotten filigraner sind, kann ich hier schönere, feinere Würfel schneiden und ich bilde mir ein, die meinten Schalotten sind nicht so scharf im Vergleich zu einer Zwiebel, finde ich gerade bei so einem Feingemüse, wie die Erbsen das sind, passender und besser. Die ist jetzt ein bisschen widerspenst, hier ist die Schale sehr trocken, da würde ich lieber einmal eintauchen. So, jetzt kommt die auch. Dann zum Kleinschneiden, am Anfang halbieren, beide, damit sie schön gerade und fest auf dem Schneidebrett liegen. Dann von vorne das Ganze einschneiden, wie ein Fächer die Wurzel hinten nicht kaputt schneiden, nur anschneiden, die hält die rund gewachsenen Blätter quasi fest. Und zum Würfeln jetzt aber lieber ein großes Messer, aber auch nur hinten schneiden, vorne wäre zu instabil und zu wackelig. Hinten schneiden bedeutet, Messer hinlegen, fallen lassen und dabei schiebe ich das Messer nach vorne, früh genug aufhören. Irgendwann wird es zu eng. Aufhören. So, in der Zeit, wo ich schneide, hätte ich eigentlich schon mal unseren Topf anmachen können und zwar soll hier unsere Schalottenwürfel angebraten werden, am Anfang zusammen mit den Erbsen. Hierfür wollte ich Butter nehmen. Bei der Butter mal aufpassen, der Topf sollte nicht zu heiß sein. Dementsprechend auch nicht erst den Topf heiß werden lassen, dann die Butter mit dazu. Dann könnte es passieren, die ganze Geschichte ist dann schon zu spät. Deswegen hier auf jeden Fall die Butter immer am Anfang in den kalten Topf geben. Zum einen sehe ich, was passiert. Die schmilzt, löst sich auf. Dann ist hier Wasser drin in der Butter. Das bedeutet, Wasser kann nicht verbrennen. Das heißt, im ersten Moment kann nichts passieren. Aber sobald ich dieses Geräusch höre, das heißt, der Topf wird heiß, Temperatur jetzt zurückschalten und schon mal die Schalottenwürfel mit dazugeben. Und die sollten hier im wahrsten Sinne des Wortes glasig geschwitzt werden. Sollte ein bisschen Farbe bekommen, aber nicht zu viel. Einmal bewegen, stehen lassen. Das Ganze sollte Bodenkontakt haben. Auch nur so bekommt das Farbe. Da kommen gleich die Erbsen rein. Da brauchen wir nicht alle nur einen Teil. Die Erbsen sind tiefgefroren gewesen. Die habe ich langsam auftauen lassen. Die geben wir mit hier zu. Es fängt schon an zu riechen hier. Das bedeutet, das reicht mir auch schon. Jetzt die Erbsen mit dazugeben. Dann an Gewürzen für Erbsen. Ein wenig Salz auf jeden Fall. Pfeffer ist klar. Immer ein wenig Zucker mit dazugeben. Den habe ich vergessen. Den machen wir gleich mit dabei. Und ein wenig Muskatmus. Das Ganze ein wenig angehen lassen auch. Und dann füllen wir auf mit einem Schoß Sahne und dünsten die Erbsen ein wenig weich. Hier ist wiederum wichtig, die nicht zu lange kochen lassen. Sonst kann es passieren, die verfärben sich logischerweise. Das kennt man von Gemüse. Wenn es zu lange gekocht, gegart wird, das wird braun. Das Erbsenpüree soll schön grün bleiben. Dementsprechend maximal fünf Minuten ankochen lassen, simmern lassen. Auch aufpassen. Das Ganze soll nicht püriert werden. Dementsprechend nicht zu viel Flüssigkeit mehr dazu. Sonst wird das Ganze zu suppig. In dem Moment stellen wir das Ganze mal rüber auf die andere Platte. Die können hier alleine vor sich hin dünsten. Das heißt, wir können weiteres Gemüse schon mal als Dekoration vorbereiten. Und zwar soll es gleich Zuckerschoten geben. Die sollen mit dazu. Mit dazu, so wie sie jetzt sind, finde ich ein bisschen langweilig, was man machen kann oder was auch oft gemacht wird. Die werden dann einmal in der Mitte quasi schräg durchgeschnitten. Das ist eine schöne Idee. Die ein bisschen anklassieren und mit dazugeben. Was ich auch gerne mag, sind Julien oder Stifte. Würde bedeuten, ein Zuckerschoten Stroh. Ich nehme mal 1, 2, 3, 4 Zuckerschoten aufeinander, lege die zusammen und fange jetzt an, die Zuckerschoten quasi in Julien beziehungsweise Streifen schneiden. Immer übereinander legen. Auch wichtig hier am Anfang zum Üben, langsam schneiden. Nicht so schnell. In der Ruhe liegt hier die Kraft. Also anlegen. Es dauert zwar ein bisschen, bis man die geschnitten hat, ist aber ein schöner Gag. Ich denke mal zum Zeigen reicht das auch schon. Die lassen sich ganz kurz anbraten, sortieren und wäre nachher oben drüber quasi drüber gestreut. Das haben wir schon mal vorbereitet. Brauchen wir noch gleich in die Pfanne geben. Kochen würde ich die nicht. Beim Kochen verbessert das Ganze. Ansortieren bedeutet mit ein bisschen Butter, genauso wie die Erbsen angehen lassen und auch die gleichen Gewürze mit dazu. Das streuen wir nachher oben drüber. Erbsen köcheln, Gemüse haben wir vorbereitet. Bedeutet jetzt, wir können uns um den Sesamlachs kümmern. Einmal die Pfanne zum Braten. Lachs habe ich küchenfertig gekauft. Purziert ist er auch schon. Einmal gucken. Greten haben wir keine mehr. Das passt so wie es ist. Gewürze würde ich immer erst wieder später dran machen. Salz, Pfeffer, Zitrone. So mag ich nicht am Fisch. Das heißt, wir brauchen nur den Sesam. Entweder, was jeder kennt, ist weißer Sesam. Was es auch gibt, ist schwarzer Sesam. Sieht ganz lustig auch. Auch was ich jetzt hier habe, ist ein Sushi-Sesam. Hier habe ich sowohl schwarz und weiß schon gemischt. Und der ist schon angeröstet. Bedeutet, hier habe ich schon die schönen Röstaromen. Und den nehmen wir jetzt und geben den auf den Fisch drauf. Von beiden Seiten. Einmal links. Also wie so ein Sesammantel außenrum. So. Auch nicht so sparsam sein. Das ist super lecker. Und hat so eine Braten wie den Fisch. Wenn wir schon mit Sesam arbeiten, Überlegung auch hierfür ein Sesamöl zu nehmen. Aufpassen. Ich habe jetzt hier ein Sesamöl aus geröstetem Sesam. Das heißt, dieses Öl ist sehr würzig. Das würde ich nehmen zum Abschmecken. Aber nicht wirklich zum Braten und Kochen. Hier habe ich ein raffiniertes Sesamöl. Woköl mit Sesam. Das ist hitzestabiler und beständiger. Das ist zum Braten geeignet. Das mit dazugeben. Um zu gucken, ob die Pfanne heiß ist, nehme ich mir ein Stück von dem Fisch. Halte den einmal rein. Sobald ich Geräusche höre, weiß ich, Pfanne ist heiß. Dann können wir anfangen zu braten. Jetzt geht es langsam los. Das Öl verteilen. Jetzt mit dazulegen. Hier aufpassen. Temperatur sollte nicht zu hoch sein. Bedeutet, wenn die Temperatur zu hoch sein sollte, kann es passieren, der Sesam verbrennt zu schnell. Deswegen mittlere Temperatur. Zwei Drittel ungefähr und jetzt langsam braten. Das geht von alleine. Da können wir mal gucken, was unsere Erbsen machen. Testen wir einmal, ob die schon gar sind. So. Hervorragend können wir anfangen zu pürieren. Bedeutet, ich habe jetzt hier einen Mixer zum Pürieren von den Erbsen. Was man auch nehmen könnte, ist mit einem Pürierstapel da reingehen. Oder wenn Sie so einen Blender haben, das Ganze mit dazugeben. Hier ist recht einfach für mich. Dann fangen wir einmal an. Am Anfang immer so wenig Flüssigkeit wie möglich. Erst mal antesten. Flüssigkeit dazugeben können wir immer noch ein bisschen. Zwei Sachen fehlen noch. Bei dem Ganzen. Das wäre einmal noch ein bisschen, ein bisschen Muskatnuss war zu sparsam und ein wenig Zucker, den ich vergessen hatte. Noch ein bisschen Zucker mit dazu. So. Deckel drauf. Machen wir uns einmal Strom und fangen an zu pürieren. Je länger ich püriere, umso schöner wird zum einen die Farbe, umso feiner wird das Ganze. Also hier auch zu Hause ruhig ein bisschen mehr Zeit investieren und los geht's. Das sieht schon sehr gut aus. Einmal von der Konsistenz und auch von der Farbe. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr zu machen. Was auch schön ist, der Fisch fängt an zu riechen. Das bedeutet, wir haben Farbe und können jetzt auch langsam einmal umdrehen. Da machen wir gleich weiter. Einmal den Fisch wenden. Sehr schön. Sehr schön. Das kann man ungefähr schon sehen von der Seite oder von oben. Der ist ungefähr bis zur Hälfte gegart. Das heißt maximal zwei Minuten. Dann schieben wir den jetzt rüber, lassen den drüben auch wieder bei mittlerer Temperatur ziehen und machen hier weiter mit den Zuckerschoten. Wie gesagt, nicht kochen, sondern nur in der Pfanne mit ein bisschen Butter angehen lassen. So, bei der Butter sieht man wieder schön, die schmilzt. Hervorragend. Kleinen Moment noch. So, Zuckerschoten mit dazu geben. An Gewürzen, genauso wie eben. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Zucker. So, das kann ich schön sehen. Fisch ist angebraten. Unten wieder Röstaromen. Jetzt runterziehen und jetzt lassen wir den zwei Minuten ziehen. Genug Hitze ist da, dass er langsam von innen rosa gart. Püree ist fertig. Zuckerschoten klassieren wir noch ein bisschen. Ich denke mal, es dauert noch zwei Minuten. Dann machen wir zwei Minuten weiter und richten zusammen an. So, Zuckerschoten kann man schon sehen. Die sind grüner geworden. Die fallen zusammen. Aber ganz, ganz wichtig sollten wir wirklich noch Biss haben. Teller habe ich da. Unser Erbsenpüree schaut super aus. Auch eine wunderschöne Farbe. Sowas finde ich klasse. Damit fangen wir einmal an. Als erstes einen schönen Klecks in die Mitte geben. Dann richten wir darauf unseren Fisch an. Den wollte ich aufschneiden. Dann nehmen wir uns mal ein Stückchen raus. So, und versuchen den mal zu halbieren. Hier in dem Fall schön schräg schneiden. Für eine schöne große Fläche bekommen. Ja. Der sollte rosa sein in der Mitte. Das sieht hervorragend aus. Da legt man den immer so drauf. Kann man schön sehen auch. Dann zum einen, um noch ein bisschen Deko zu haben oder was Bissfestes. Das Püree ist ja sehr weich. Einmal unsere gebratenen Zuckerschoten. Die so ein bisschen als Deko oben drüber streuen. Die sollten so locker eine gewollte Unordnung runterfallen. Und was ich eben schon erzählt habe, was ich da habe. So Erbsspargel bedeutet, das sind Erbssprossen, die halt sehr lang gewachsen sind. Sieht dementsprechend ein bisschen lustig aus. Die gehen nach oben weg. Und die sagt man halt Erbsspargel mit dazu. Und die sollen auch als Deko oben reingesteckt werden. Passt halt sehr gut zum Gericht. Also wie gewachsen sage ich dazu immer. Und die stecken wir so an die Seite rein. So. Und Fischwürzen habe ich vergessen. Pfeffer. Hätte ich auch schon vorher machen können. Und ein bisschen Salz. So. Und so haben wir hier unseren in Sesammantel gebratenen Lachs rosa auf einem grünen Erbsenpüree. Da würde ich mal sagen wie immer. Viel Spaß beim Nachkochen und auch einen guten Appetit.